Hey Leute, ich bin's Will und heute spiele ich mal wieder eine weitere Runde Murder Mystery zu Sammitte bei BigStun. Hallo! Ja moin! Und zwar heute natürlich mal wieder eine besondere Challenge. Ich denke mal, mittlerweile müsste von euch jeder schon Murder Mystery kennen. Falls euch sowas gefällt und falls ihr mehr von dieser Art sehen wollt, lasst gerne mal eine Positiverebewertung da auch ein Abo, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir einfach mal in eine Runde rein. Wir haben das wirklich noch nicht ausprobiert. Mal schauen, ob das klappt. Wir müssen uns dazu auch entnicken. Man sieht hier auch schon, okay, das sind meistens die Amis, die was hier in den Chat schreiben. Aber das ist jetzt auch nicht so schlimm, da wir natürlich genickt sind. Und ich bin jetzt Inno. Ich denke mal, du bist auch Inno, oder? Ich bin auch Inno, ja. Okay, und wir sind hier wieder auf der Map mit den Potions. Diesmal geht es nicht um die Potions, sondern, das machen wir noch nicht in der ersten Runde, ganz kurz zur Erklärung im Murder Mystery. Es gibt einen Mörder, einen Detective und man muss den Mörder finden, der einen Eisenschwert hat. Mit diesem kann er jeden Spieler one-hitten und mit 10 Gold kann man sich einen Bogen holen, automatisch dann. Und man muss halt eben herausfinden, wer der Mörder ist, wer alle Spieler killt. Und wir können mal ganz kurz hier mal ausprobieren. So, wir machen das, wie gesagt, erst in der nächsten Runde. Ganz kurz mal eine Testrunde zum Anfang. Wenn ich jetzt sneake, ist wieder mit dem Mod, haben wir hier ein Eisenschwert. Dann hat hier auch ein Second Layer. Dann hat man hier auf jeden Fall ein Eisenschwert. Und es ist wirklich simpel gemacht. Und mal schauen, ob da drauf jemand reinfällt. Klar, wenn man jetzt auch so laufen würde, der Arm bewegt sich mit. Man könnte das auch theoretisch ohne die Mod machen. Aber ja, mal schauen, ob das dann in den nächsten Runden klappt. Und wir versuchen aber jetzt erstmal, so den richtigen Mörder zu finden, der hier schon fleißig die Leute killt. Und ja, mal schauen. Ich bin gespannt. Du hast ja auch, ne? Das Schwert am Start. Kannst du ganz kurz mal machen. Ganz kurz mal sneaken. Und ja, es sieht... Ja, wobei... Ich glaube mal... Ja, das könnte schon klappen. Und wir haben aber schon mal die Runde hier gewonnen. Und ja, jetzt geben wir uns einfach mal in der zweiten Runde als Mörder aus, obwohl wir noch nicht mal der Mörder sind. Das heißt, mal schauen, ob es klappt. Und hier ist einfach ein Bücherregal. In drei Sekunden geht es weiter. Wie steht deine Chance? Meine bei 9%. Äh, meine bei 14. Und ich bin, ähm, Inno. Okay, du bist Inno. Alles klar. Gut, dann... Ich weiß nicht. Soll ich mal hier sneaken? Nicht, dass mal halt... Da hat... Sieht... Oh... Oh, fuck. Ich weiß nicht. Hat der... Weiß der, dass ich wirklich... Ah, shit. Das liegt einfach nur so vor mir. Ach, Mann. Ich weiß nicht, ob das klappt. Also, es klappt natürlich nicht immer. Aber da ist einfach einer gelieft. Okay. Und ich würde auch dich gerne mal sehen. Ja, ich komm... Bist du in einem großen Raum da? Ich komm vorbei. Und warte, ich bin hier oben. Die Aufgabe auf jeden Fall von uns ist es, gekillt zu werden. Von einem, der einen Bogen hat. Meinst du, das schaffen wir? Ich denke schon. Wäre ganz cool. Ich hoffe einfach mal, ja. Und der hat... Ich weiß nicht. Der ist jetzt unsichtbar. Ach, du Scheiße. Okay. Und ist der... Ja, wenn der der Mörder ist. Ist natürlich auch nicht so nice. Wir müssen halt jemanden... Wo ist... Wer hat den Bogen? Sicher, dass du nicht der Mörder bist. Nee. Soll ich dich mal umbringen? Der Player has picked up the bow. Oh, nice. Okay. Lass mal zu dem Spieler. Und bitte, komm... Wo ist der Spieler hin? Wo hat er den Bogen aufgehoben? Ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. Ach, du hast auch einen Bogen. Ja, ja. Okay, nice. Dann heb mal nicht... Beziehungsweise, ja. Du kannst ganz normal... ...so mit dem Bogen bleiben. Der hat den nicht. Alter, da oben. Nee, da ist er auch nicht. Hä? Und wo ist der Mörder überhaupt, ne? Das ist die Frage. Wo sind die alle? Ach du Scheiße. Okay, da ist einer. Jemand? Nee. Da oben ist einer. Oh shit. Bist du oben? Nee, ich bin hier unten. Oh, der ist unsichtbar, der eine. Ich glaube, das ist der Mörder. Ah, hier sind auch noch zwei im Raum? Ja. Oh, oh, oh. Oh fuck. Ist das... Alter, wer könnte jetzt... Wer ist jetzt der Mörder? Will er mich töten? Komm, töte mich. Nee, er traut sich nicht. Aber ich könnte hier alle auch auf einen Schlag killen, ne? Wirklich. Wenn ich der Mörder wäre. Ich wurde getötet. Du warst der Mörder? Ja. Was? Du kannst trotzdem... Und er hat mich einfach abgeschossen. Was? Du kannst trotzdem den Bogen haben, damit... Ja, klar. Ach du Scheiße. Du warst der... Weißt du, du bist immer Mörder. Ja, das stimmt. Das ist... Och man, schade. Och man. Schade, dass auch der Detective, der den Bogen hatte, mich nicht abgeschossen hat. Aber, ja, wir befinden uns jetzt mal auf einer anderen Map. Mal schauen, ob das diese Runde klappt. Ja, sie ist Mörder. Sie ist Mörder hinter uns. Was? Oh shit. Okay, ja. Nein. Fuck, oh Gott. Ich muss wegrennen. Ähm, stimmt. Das kann ich mal... Oh shit. Okay. Warte, ich versuch's. Ich versuch den zu holen. Oh nein. Oh shit. Mystery, ein Gold. Ja, ich kann losfahren. Alter, ich fahr jetzt eine Achterbahn. Oh Gott. Das war ziemlich knapp. Und irgendjemand hat den Bogen aufgesammelt. Ja, jetzt ist natürlich der Mörder bekannt. Und warum die Sounds sind so laut? So kann ich hier irgendwie aussteigen? Es geht noch nicht mal was. Okay, fährt das hier gerade eine Runde, oder? Okay, wir haben gewonnen. Alles klar. Gut. Und hier wäre ich jetzt wieder ausgestiegen. Hat jetzt auch diesmal nicht ganz geklappt. Aber mal schauen, ob es vielleicht doch in der nächsten Runde klappt. Es geht jetzt wieder los, diesmal auf der ersten Map, glaube ich. Und ich bin einfach wieder Inno, natürlich. Ich bin auch Inno. Du bist auch Inno, will ich mal hoffen. Und so, jetzt sind wir beide keine Detectives, beide keine Mörder, hoffe ich einfach mal. Okay, sondern beide Inno. Und diesmal muss mich ein Detective killen. Und der Mörder, der darf halt ja nicht vorher gesichtet werden, ne? Ja, das stimmt. Von einem Detective. Sonst weiß der natürlich, okay, ich bin irgendwie einer, der das Ganze faked. Ist es der? Ja, genau. Oh shit, das... Nein, fuck. Oh mein Gott. Zeig ihm mal dein Schwert. Ja, das kann ich mal machen. So, komm mal her, mein Freund. Der killt ja einen nach dem anderen weg. Der kann ja auch... So, komm, der sieht mich doch nicht mehr. Und hat gerade sein Schwert geworfen. Und... Oh, ja, da hält er es jetzt in der Hand. Wirft es wieder. Und... Wow, nice. Der Detective hat ihn einfach gekillt. Ja, GG. Das war eine schnelle Runde. Deswegen hat es nicht so ganz gut geklappt. Aber, Leute, wir schaffen es auf jeden Fall noch. 15 Innos leben noch. Was? Das gibt es ja nicht. Da hat noch kein einzigen gekillt, ne? Nee. Das ist aber auch gut. Oh, ich bin... Wer hat dich getötet? Alter! Da hat dich jemand gekillt. Ja. Was? Zum Flick? Okay, shit. Und ich nie ganz kurz mal. Hat er mein Schwert gesehen? Das war doch der... Der Mörder ist der Alex. Ja, wow, okay. Der hat den jetzt gekillt. Und mal schauen, ob ich den jetzt... Oh, fuck. Holen werde. Oh. Ja, ich habe ihn. Oh, shit. Alter, der Bars. Der Mörder war ja extrem scheiße. 10 war noch am Leben. Und immerhin habe ich jetzt auch mal den Mörder gekillt. Aber der darf halt echt... Ja, der muss ein bisschen versteckt bleiben, der Mörder. Dass der Detective mich auch mal killen kann. Ich bin wieder inno. Okay. Gut. Was ist das für eine Map hier? Tower Falls heißt die, glaube ich. So, und mal schauen, ob wir diesmal... Vielleicht, ob das diesmal klappt. Und ja, ich bin gespannt. Drei Sekunden. Und da verstecken sich auch schon die Ersten. Ich hoffe mal, der macht jetzt nicht so viel, ne, der Mörder? Dann kann man echt ein bisschen... Ja, das stimmt. ...schauen zum Beispiel. Aber da hat schon zwei Leute gekillt. Oder es sind zwei Leute gelieft. Dann kann man halt echt schauen, dass der... Moin. Ähm, moin. Oh, shit. Moin, hier geht's nicht mehr weiter. Ich schau mal, hol mal dein Schwert raus. Oh, hier. Und du bist auch der Mörder. Warte, geh mal ein bisschen weiter weg. Ja, und es nehmen wir ganz kurz. Ja, das sieht man... Oh, shit. Alter, da ist jemand im Bild drin. Aber hier sind drei Leute. Was zum Fick? Hier geht's wieder weiter. So. Und da ist, glaube ich, auch einer weggerannt. Nee, da bleibt er immer noch. Alter, was? Hier sind ja Secrets drin. Oh, shit. Das war gerade eben schon ein bisschen auffällig, ne? Ja. Okay. Und ich hab aber, ja, relativ schnell die Runde jetzt sogar geholt. Mit vier Innos. Und so sieht es übrigens aus. Natürlich ist es kein Vergleich. Aber wenn man... Ha, so ein bisschen... Das besonders Sneaken in der 1.8. Oh, shit. Ist ja anders. Beziehungsweise, nicht das Sneaken, sondern das Blocken in der 1.8. Ist ja anders. Aber trotzdem... Ja, fällt vielleicht der ein oder andere drauf rein. So, und... Alter, fucks. Wo sind jetzt die letzten? Nein. Wie willst du da rüberkommen? Löst es einer aus? Ja, kann man da auslösen an den Scheitern. Scheiße. Fuck. Da ist der Detective. So, komm, komm, komm. Jetzt vielleicht. Ja. Nice. Was? Oh mein Gott. Komm, ich renne hier kurz rüber. Ja, ich hab's geschafft. Oh mein Gott. Nice. Und der darf mich jetzt nicht killen. Und komm, komm, komm. Oh shit, das hat nicht geklappt. Aber ich hab die Runde gewonnen. Okay. Das war ziemlich knapp, aber ich hab alle 15 Leute wirklich gekillt. Könnte klappen. Ja, komm, schieß auf mich. Fuck. Nee, aber die machen nix. Jetzt wurden ein paar... Ich geh mal auf ihn. Soll ich... Ich renn mal weg so ein bisschen. Aha. Ich glaub mal, die rennen mir hinterher. Oder rennt da einer mir? Er kommt, er kommt, er kommt. Echt? Oh shit. Er steht jetzt hier. Ja, okay. Ich verhalte mich halt so ein bisschen auffälliger. Oh shit. Mal schauen. Oh man, okay, ich renn weg. Aber komm bitte, das muss klappen, man. Ich weiß nicht, das ist halt echt so schwierig. Aber er rennt mir immer noch hinterher, ne? Fuck. Ja, ich glaube. Oh shit. Oh nein. Okay, mal schauen, ich bin jetzt hier im Raum. Oder ist er? Und macht er was? Macht er was? Er kommt, er kommt. Aber der traut sich. Der hat, der... Ich weiß nicht. Macht er jetzt noch was? Der schießt auf mich. Und, komm. Tötet er mich? Nein, wir haben gewonnen. Och man, irgendwann... Wenn der Mörder jetzt noch keinen gekillt hätte, dann... Ja, hätte es vielleicht klappen können. Aber der hat halt wirklich gehört zu, dass ja irgendwo anders jemand gekillt wurde. Oh shit, ja, ja. Okay, der Mörder ist runtergesprungen. Alles klar. Und da ist der Bogen. Soll ich mal, Alter, in der Luft? Und... Was? Oh, der... Ich hab so ein bisschen gerade gesneakt. Und er hat mich gekillt. Es hat einmal geklappt. Alter. Oh mein... Wir haben mich schon fast aufgegeben. Oh, mich auch. Mich auch. Was? Ich hab auch gesneakt. Er hat mich abgeschossen. Oh mein... Es klappt jetzt in einer Runde auf einmal. Wir haben... Alter, what? Ich hab mich so voll drauf konzentriert. Ich hab mich so hier hingestellt. Bisschen geschaut. Okay, welche Perspektive ist jetzt so am besten, wenn ich sneaker? Und... Oh, wie gut. Dann hat es auf einmal geklappt. Jetzt mit dem schönen Skin hier. Mit dem Layer. Natürlich auch mit einer Mod dazu passend, wenn man sneaker. Falls ihr auch noch andere Challenges davon sehen wollt, lasst gerne eine positive Bewertung da. Und ja, falls ihr auch noch keine Abonnieren seid, könnt ihr auch mal gerne abonnieren, um keine weiteren Videos zu verpassen. Ansonsten checkt noch alle Links in der Videobeschreibung ab. Unter anderem natürlich auch EpicStun. Und wir sehen uns morgen wieder. Haut rein und ciao. Tschüss.